Die Migros ist ein bisschen anders als die anderen. Die Migros gehört nicht irgendwelchen Millionären, sondern ganz normalen Leuten. Zum Beispiel wir. Und wir. Und mehr. Und im Abhalt. Wir gehört sie auch. Und zwei Millionen anderen. Weil die Migros ist eine Genossenschaft. Das heisst, jeder, der will, kann einen Teil der Migros besitzen. Und weil die Migros uns allen gehört, macht sie mehr für unsere Kunden. Mehr für die Qualität. Mehr fürs Geld. Und mehr fürs Gemeinwohl. Mehr für Gesundheit. Mehr für Kultur und Bildung. Mehr für die regionale Landwirtschaft. Mehr für Nachhaltigkeit. Und mehr für ganz viel mehr. Die Migros gehört den Leuten. Und das merkt man.